Grüß dich! Na, wie schön das mal geklappt hat? Das ist doch, ich sehe auch kein Kaffee. Glamping erster Klasse hier. Das sieht jetzt richtig aus. Das Ganze ist auf jeden Fall uralt. Von der FDJ. Ich war auch schon mal in einem FDJ-Ferienheim. Bis zum nächsten Mal. Moin Leute, seid gegrüßt. Wir sind auf dem Weg zum Outdoor-Treffen. Wir heißt ich und der... Hallo! Der gierige Daniel, ganz genau. Outdoor-Treffen organisiert von Waldkarussell. Das Ganze läuft schon seit gestern. Heute ist Samstag. Wir sind wieder reichlich spät dran. Es ist jetzt 16.15 Uhr. 45 Minuten Fahrt haben wir noch vor uns. Dann sind wir gleich da. Leute, viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Rauset hier! Wir fahren hier gerade durch irgendeine Waldstraße. Richtig im Nirgendwo angekommen hier. Hallo! So, wir sind angekommen. Irgendwo hier in der tiefsten Botanik. Hier ist so eine Pfadfinderhütte. Boah! Voll Druck auf den Ohren. Und kalt ist es hier. Ja. Wo haben wir mal ein Jäckchen raus, wa? Ja. Ja. Grüß dich. Hallo! Wer bist du? Thorsten. Thorsten. Marco. Oder Taco, wie auch immer. Ja, Taco. Kennt man dich ja schon wieder. Daniel, hi. Hallo. Ja, wer bist du? Deine Fahrer. Flauschig. Oh ja. Und 13 Wochen halt. 13 Wochen. Ja. Ja. Vorbahn? Ja. Männchen. Hi. Doch, doch. Grüß dich. Lieber spät als gar nicht, ne? Henrik, moin. Grüß dich. Na? Schön, dass es mal geklappt hat. Ja. Freut mich auch. Hier überhaupt ein Video hier oder einfach nur chill. Wer Bock hat, kann ruhig filmen. Ja, ich mach mal nur so ein paar Einblicke und sonst... Ja, alles gut. Ich hab bei mir auch Kamera dabei. Bisher hatte ich noch nicht so viel Bock. Ja, ja. Deswegen aber, könnt ihr ruhig machen, Stefan. Das hängt auch zwischendurch mal. Grüß dich. Moin. Hi, Taco. Leute, man sieht hier, Tja und Jackie haben es hier wieder komplett übertrieben. Sie haben sich hier ein richtig dickes, gemütliches Zeltchen aufgebaut. Die Jackie hat noch mal schnell ein bisschen aufgeräumt hier. Ja, das sieht doch mal gemütlich aus. Hier schön mit Zeltofen am Start. Geil. Ja. Was habt ihr hier? Einfach nur so... Ja, das sind so Feldbetten. Ah, Feldbetten einfach. Voll geil. Jo, angekommen. Erstmal ein bisschen beschnuppert hier. Hier vorne ist noch irgendwie ein Geburtstag. Hört sich eher nach einem Rave an. Ah, wir werden jetzt erstmal unsere Sachen aus dem Auto holen. Zeltchen aufbauen. Ganz gemütlich ankommen. Ihr kriegt auf jeden Fall ein paar Einblicke zu sehen. Aber viel werde ich jetzt hier auch nicht filmen. Dafür geht es aber morgen vielleicht noch weiter mit dem Dan. Ein paar Lost Places abklappern und ein Overnight starten. Das entscheiden wir aber spontan. Jetzt wird erstmal Lager aufgebaut. Let's go. Wir kochen uns jetzt erstmal schön was zu essen. Wir saßen gerade da drüben mit den anderen am Lagerfeuer. Da werden wir uns auch gleich wieder rüber gesellen. Aber erstmal muss jetzt hier Happa Happa rein. Es gibt heute wieder Kuskus mit Tomaten, Bohnen und ein bisschen Joghurt obendrauf. Es ist kleine Gewürze wieder aufgefüllt. Ich habe leider nur Salz. Aber das ist jetzt so Kaffee, oder? Es ist knapp halb eins. Ich bin auf jeden Fall ready to sleep. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen früh. Guten Morgen, Freunde. Richtig geil geschlafen, ey. Und jetzt gibt es erstmal schönen Kaffee hier. Ich habe hier die neue Kaffeemaschine von Outen. Eher gesagt handelt es sich um eine Outdoor Espresso Maschine. Das Ding sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch verdammt gut an. Ihr könnt sie mit Kapseln oder mit Kaffeepulver betreiben. Dann einfach Wasser oben rein, auf den Knopf drücken und warten. Und mit nur ein paar Handgriffen habt ihr richtig geilen Kaffee. Link in der Videobeschreibung abchecken, supporten und genießen. Jo, Freunde. Schon wieder ein, zwei Stündchen vergangen. Wir haben erstmal Kaffee getrunken, frisch gemacht, unseren Scheiß abgewaschen. Unser Camp ist schon fast wieder komplett abgebaut. Noch mal hier so ein bisschen die Camps von den anderen angucken. Hier hat auf jeden Fall auch jemand in der Hängematte genächtigt. Ganz entspannt. Hier haben wir ein paar kleine Zelte stehen. Hier der Henrik, der ist auch schon wieder am Einpacken. Der hat mir auch einen Patch gegeben hier. Ich bin komplett zugekleistert jetzt hier mit irgendwelchen Patches. Ich verlinke die ganzen Kanäle mal unten in der Videobeschreibung. Genau, das ist der wichtigste hier. Waldkarussell, unbedingt reinschauen. Der Henrik, hier auch das Gierchaos schon beseitigt. Fein, du bist doch ein Fein. So und hier ist natürlich Glamping erster Klasse hier. Das sieht jetzt richtig Chaos aus. Wir haben ja gestern schon mal reingeguckt. Es ist wirklich Chaos. Ja, so muss das aussehen. Schön, habt ihr einen Ofen gestern wieder angemacht? Ja, heute morgen auch gleich. Geil. Der gierige Dan ist auch schon wieder fleißig. Es gab eine spontane Kanalübernahme. Willkommen zu meinem Kanal. Viel Spaß beim Schneiden, Brudi. Wir sind wieder on the road. Es geht jetzt zum ersten Lost Place. Hinter uns sind noch Anka, Silke und Mel. Die kommen einfach mal mit. Wir werden heute wahrscheinlich auch noch zusammen einen Lost Place Overnight machen. Aber erstmal haben wir noch zwei Locations auf der Liste. Halbe Stunde Fahrt jetzt noch vor uns. Und dann geht's rein in die Action. So, wir sind angekommen. Mehr oder weniger. Wir müssen jetzt hier noch im Ort das Objekt aufsuchen. Und erstmal gucken, wie wir da reinkommen. Anka ist mit dabei. Wauzi ist mit dabei. Silke ist mit dabei. Und Mel ist auch mit dabei. Das ist das Ding hier. Da durch die Tür kommt man leider nicht durch. Bleibt nur vorne das Fenster. Okay, ich bin drin. Guck jetzt mal, dass ich hier hinten irgendwie noch einen anderen Eingang finde. Für die anderen, die hier nicht alle klettern müssen. Boah, das Ding ist aber auch ganz schön durch hier. Das ist ganz schön ranzig. Herzlich willkommen. Okay, das war einfach angelehnt. Wir legen einfach mal los. Hier hinten ist irgendwie so ein Wäscheraum. Naja. Ist ja noch so ein Boiler. Das Ganze ist auf jeden Fall uralt. Hier sogar teilweise noch irgendwelche Klamotten beziehungsweise irgendwelche Kittel in den Schränken drin. Was haben wir hier? Megalack schmerzstillendes Antacidum. Camillan. Antifolo... Ne, Antifol... Folgisticum. Keine Ahnung. Ein bisschen was ist noch drin. Hier haben wir so große Waschbecken. Ich denke mal, das war hier so der Hauswirtschaftsraum. Der Daniel begleitet mich hier ein bisschen mit seiner Kamera. Ich gehe aber schon mal einen Schritt weiter. Hier geht es dann gleich nach oben. Und hier geht es in die Küche rein. Heftig. Ja, viel ist hier nicht mehr zu sehen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das Ganze hier ultra alt ist. Also das ist ein Hotel. Und ich denke mal, das ist locker schon seit 50 Jahren nicht mehr genutzt. Weil wenn man sich mal dieses ganze Zeug hier anguckt, was hier rum steht. Das ist wirklich uralt. Allein, was ist das hier? Ein Toaster? Ja, das ist echt ein Toaster. Obwohl... Ne. Das ist doch kein Toaster, oder? Doch, das ist ein Toaster. Ich wundere mich nur gerade, weil hier drauf steht VEB Funk- und Fernmeldeanlagenbau Berlin. 89. Das sieht halt irgendwie aus wie ein ganz schön abgespaceter Toaster. Und sonst ist hier aber auch nicht mehr viel in den Schränken drin. Ich dachte, man findet vielleicht noch irgendwas. Irgendwelche alten Lebensmittel, wo man dran ausmachen kann, wann das hier zurückgelassen wurde. Riesiger Kühlschrank hier noch. Alte Mütze hier über dem Waschbecken. Durch diese ganzen hölzernen Schneidebretter. Und guckt euch diese Spinnweben an, ne? Also das ist wirklich insane. Und ich sehe hier gerade, hier über der Tür steht Eintritt verboten. Und darüber meine ich nochmal auf Polnisch. Könntest du mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ist das Polnisch? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Jo, hier vorne sind wir reingekommen, beziehungsweise ich. Hier haben wir einmal so eine Gaststube. Mit einer Theke. Und hier auch noch die gute Langnese Eiskarte. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wenn ich mich nicht irre, sind das auch D-Mark Preise. Also ich sehe hier auf jeden Fall nirgendwo ein Euro Zeichen. Hier wie das hier, dieses Sky. Das kenne ich auch noch von früher. Richtig geiles Zeug. Oh, hier auch dieses Bliss. Cola und Lemon ey, das kenne ich auch noch. Das gibt's heute gar nicht mehr, das Zeug. Und hier sehe ich gerade, hier ist eine Visitenkarte vom Badrahm. Habe ich auch schon öfter gesehen, diese Visitenkarte auf Lost Places. Wahrscheinlich findet man den guten Mann oder wie auch immer auch bei Instagram. Ja und hier nebenan, Garderobe steht an der Tür, haben wir einfach nochmal so einen kleinen Raum. Hier stehen noch ein paar alte Skier, inklusive Schlittschuhe und Skistöcke. Das ist auf jeden Fall auch uralt, das Zeug. Ja und hier hinten, genau, da geht's den Keller runter. Das schauen wir uns gleich zum Schluss natürlich wieder an. Und hier drüben, wow krass, ein richtig alter Holzofen. Das ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, wie wirklich, wie alt das ist, dass hier so ein alter Ofen rumsteht. Müsste ja normalerweise auch irgendwo eine Plakette sein. Aber das ist so vergnazt hier alles. Ich kann keine Jahreszahl erkennen. Auf jeden Fall krasses altes Teil. Hier ist das alte Straßenschild, der Wegweiser zum Hotel. Auf dieser Tour jetzt hier habe ich auch schon wieder Ecken vom Harz gesehen, die ich noch nie gesehen habe, genauso wie diesen Ort hier. Der war mir überhaupt nicht, der war mir überhaupt nicht bewusst, dass das hier existiert. Und ich dachte eigentlich, ich habe alles vom Harz gesehen. Man entdeckt doch immer wieder irgendwelche neuen Ecken. Okay, krass, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wow, hier ist ein uralter Schreibtisch. Das war hier, denke ich mal, das Büro des Besitzers irgendwie. Wir haben hier noch ein paar alte Dokumente. Eine alte Brille liegt hier noch auf dem Tisch. Und irgendwelche Medizin. Also ganz viele alte DDR-Dokumente hier. Hier auch teilweise mit Russisch. Fire Protection. Welding, Cutting and Elliott Thermal Process. Gesundheits- und Arbeitsbrandschutz. Schweißen, schneiden, ähnliche thermische Verfahren. Einen Rechnungsblock haben wir hier noch liegen. Also, dass hier noch so alte Dokumente rumliegen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich sehe gerade der hintere Gebäudeteil da drüben. Das gehört auch noch dazu. Also, da sind garantiert auch noch mal ein paar Hotelzimmer. Ja, richtig dickes Gerät dabei hier. Ja, ich hätte vorhin mit einer GoPro schon mal durchgegangen. Und jetzt ist ja wirklich super Zustand hier, ne? Ja, also ich dachte auch, ich habe alles im Harz gesehen in meinen zwölf Jahren Lost Places. Richtig. Wer bist du? Hobby Elektronik. Ich mache auch nur Videos rein. Ja, hier trifft man auch direkt andere Fotografen hier. Hätte man auch noch mal einen schönen Overnight machen können, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ein bisschen ranzig vielleicht. Aber ich bin echt begeistert, dass hier echt noch so übelst altes Möbiliar drin steht, ne? Hier sind noch ein paar weitere Zimmer. Da geht es noch auf den Dachboden scheinbar. Toiletten. Alter Stromkasten hier. Wir gucken mal hier rüber. Oha, krass, ey. Boah, wie gesagt, ich dachte, ich habe alles im Harz gesehen. Und es tauchen doch immer mal wieder Sachen auf, die ich nicht kenne. Also das Ding hier. Ich meine, es ist zwar jetzt keine 10 von 10, aber es ist schon echt spannend, ne? Hier geht es gleich auf den Dachboden hoch. Wir gucken erstmal hier hinten. Oh, hier sind noch eine Menge Bücher. Ganz alte Bücher. Kleiner Sprachführer Deutsch-Polnisch. Von der FDJ. Ich war auch schon mal in einem FDJ-Ferienheim. Freie deutsche Jugend. Ja, hier Gemeinschaftstoiletten. Man sieht auch die Schrift an den Türen. Auch wieder ein Zeichen, dass das hier wirklich ganz, ganz alt ist, das Ding. Ja, paar Toiletten haben wir hier. Eine Dusche noch. Ah, eine Badewanne sogar. Ich bin mal gespannt, ob das andere Gebäude hinten dran, ob das so vom Zustand her das Gleiche ist. Oder ob das vielleicht sogar ein bisschen neuwertiger ist. Hier ist der Kollege gerade. Einmal kurz reinfilmen. Das sieht richtig schön aus. Sieht auch für Fotos vor allem. Hier haben wir noch das gute Mensch ärgere dich nicht. Spiel auf dem Tisch. Ein Buch hier. Abenteuer im Havelland. Nils Werner. Auch noch nie gehört. Vielleicht eine Bildungslücke. Ich weiß es nicht. Ja, aber krass. Auch dieser Geruch hier drin. Es riecht so richtig. Es riecht gar nicht mal so nach Lost Place. Aber es riecht einfach so nach alten Möbeln. Irgendwie nach alten Stoff. Bisschen muffig halt. Allein auch hier dieses Deckchen noch auf dem Fernseher. Krass. Wirklich. Bin begeistert. So, hier drüben haben wir jetzt noch ein Zimmer. Hier ist nochmal so ein Abstellraum. Hauswirtschaftsraum nehme ich an. Krass. Es ist wirklich uralt. Hier hinten ist nochmal ein kleines Zimmer. Nochmal mit zwei Betten. Kleine Waschecke. Hier wieder ein Buch. Mutti schau aus dem Fenster. Von Günter Saalmann und Erika Klein. So, jetzt guck mal hier auf den Dachboden. Boah, krass. Was ist das? Ein Schuhlager? Alter, hier ist auf jeden Fall mega viel Zeug gelagert. Ganz viele alte Skistöcke. Und hier auch Skischuhe und Skier. Aber wirklich ohne Ende, ne? Also, der Harz war ja erst dafür bekannt für den Bergbau. Und dann später dann auch irgendwann für, ja, als Skigebiet. Aber hier in diesem Ort ist, glaube ich, der Skitourismus auch schon lange, lange vorbei. Was haben wir hier hinten noch? Hier ein riesiges Bild mit ganz vielen Kinderfotos. Vielleicht ist das sogar auch hier dieser Ort. Durchgang Sommer 80. Boah, krass. 1980. ? ? ? Amen. Musik Hä, wo geht's denn nach hinten in einem anderen Gebäudeteil? Ah, okay. Liegt auch noch ein alter Medikamentenkasten auf dem Boden. Die ganzen Medikamente hier ausgekippt. Hier ist nochmal... Okay, Toiletten. Hier nochmal Geschirrlager. Also das ist auch immer das, was irgendwie am längsten noch erhalten bleibt in so einem Lost Place. Das ist die ganzen Geschirrsammlungen in diesen Hotels. Hier unten scheinen echt nur Toiletten zu sein. Und hier drüben sind nämlich an noch ein paar Zimmer. Boah, heilige Scheiße. Das ist ja aber hier schon... Das ist ja ein Kohlekeller einfach, oder? Ja, safe. Hier liegt ja auch noch ganz viel Kohle rum. So eine alte Heugabel. Genau, dann wurde hier einfach durch die Lupen wurde dann die Kohle reingeschüttet. Und dann konnte man die hier schön mit so einem Eimerchen zum Ofen transportieren, ne? Okay, hier unten sind auch nur noch weitere Toiletten, Duschen. Hier haben wir noch ein bisschen Einmachgläser. Lecker Paprikasalat. Köstlich. Ein paar Bühnchen. Alter, was ist das denn hier? Was zur Hölle... Ist das hier für eine Soße? Pustasauce. Ungarisch... Ungarisches Erzeugnis. Aus Budapest. Ah, okay. Das habe ich gesucht. Hier ist dieses riesige Treppenhaus. Habe ich auf jeden Fall auch schon in einem anderen Video gesehen. Das hat schon was. Hier ist nochmal ein Ofen. Hier mit Schürhaken und so weiter. Alles noch am Start. Und dann haben wir hier einfach nochmal so ein paar Zimmer. Aber ja, das sieht hier alles deutlich spartanischer aus als drüben. So richtig Jugendherbergen-Flair ist das hier irgendwie. Wir haben hier aber noch einige Zimmer, wie ihr seht. Aber die sehen alle so aus. Hier so ein großer Gemeinschaftsraum nehme ich an. Und weitere Hotelzimmer. Oder eher vielleicht Jugendherbergenzimmer, wie das aussieht. Ja. Ja gut, dann gehen wir nochmal hier in die obere Etage. Dann sind wir auch schon durch. Wir werden aber jetzt gleich noch einen weiteren Lost Place anfahren. Also auf jeden Fall nicht abschalten. Ihr könnt mir gerne schon mal ein Abo reinhauen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Eine Bewertung für das Video. Und was in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier oben? Hier sind einfach nur leere Räume, oder wie? Okay, hier haben wir zumindest noch ein Bett drin. Aber ja, ich glaube das Spannendste haben wir gesehen. Ja, das war es hier von diesem DDR Hotel. Also ich finde es wirklich spannend. Vor allem diese ganzen alten Möbel auch hier, wie dieser Sessel. Immer wieder cool solche Locations. Auch wenn das jetzt hier ja keine Spitzenlocation ist. Trotzdem gab es hier noch einiges Spannendes zu sehen. Schaut auch gerne mal beim Dan rein. Da kommen bald auch wieder Videos auf seinem Kanal oder sind schon online, wenn ihr das hier seht. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Ort. Let's go! Junge, Alter! Wer Lost Places im Harz kennt, der kennt wahrscheinlich auch diesen Ort. Unzählige Male war ich schon hier. Doch eine Sache stand noch auf meiner To-Do-Liste. Ein Overnight auf dem Dach. Das seht ihr alles im nächsten Video. Leute, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao! . . Bis zum nächsten Mal.